Ja hallo, hier ist wieder euer Rico. Wir haben einen kleinen Tipp. Dachfenster. Dachfenster ist eine ganz interessante Sache. Man kann den Raum richtig schön hell wirken lassen. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel von Velux. Diese Möglichkeiten, die es da gibt, die sind sagenhaft. Hier zum Beispiel an der Wand gibt es eine Steuerung. Mit dieser Steuerung lassen sich ganz bequem die Fenster öffnen und schließen und natürlich auch die Gardinen runterfahren. Ja, viele wissen gar nicht, was Velux alles so im Programm hat. Einfach mal schauen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit mir. Bis dann, euer Rico. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Tschüssi. Tschüss.